Zusammen mit Tommi möchte ich mein Reitabzeichen machen. Für das Reitabzeichen muss ich noch einige Sachen besorgen. Zuerst läuft bei der Prüfung alles ganz, ganz toll. Oh nein! Was macht Tommi denn da? Er kürzt ab! Das soll er doch nicht! Ob ich nach dem Fehler noch mein Reitabzeichen bekomme? Hallo, ich bin Claudia Jell und heute mache ich meine Reitabzeichen. Ich war sehr, sehr traurig, weil alles voll war und ich nicht mitmachen konnte. Aber plötzlich ist eine abgesprungen und ich konnte reinkommen. Heute war mein erster Tag. Ich habe da geritten und Theorie gemacht. Und ich habe auch Hausaufgaben aufgekriegt. Beim Reiten, da muss man eine ganz schwierige Strecke reiten. Also bei mir war es so, wir mussten antraben, dann so eine halbe Runde und dann um ein Cabaletti und dann weiter galoppieren. Habe ich nicht so gut hingekriegt. Aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen üben und dann schaffe ich es auch. Und beim Reiterabzeichen muss man auch selber satteln und trenzen können. Der Sattel ist ein bisschen schwer für mich, aber sonst ist alles gut. Für das Reiterabzeichen brauche ich noch bestimmte Sachen, Anziehsachen und eine kleine Gärte brauche ich auch. Und leider ist auch mein Helm kaputt. Das ist aber nicht so schlimm. Die werde ich gleich mit meiner Mutter einkaufen. Und euch nehme ich natürlich mit. Kommt mit, jetzt gehen wir zu den Helm. Oh nein, einen Helm aussuchen ist wirklich schwer. So viele. Ich gucke mir noch einen anderen Helm an. Ich habe mich noch nicht entschieden. Diesen hier nehme ich. Nur so ein bisschen zu groß. Jetzt haben wir noch Sachen. Und jetzt gehen wir zu den Hosen. Hier sind die Hosen. Wir müssen dunkle Hosen anziehen. Die sind ganz pinke. Die habe ich hier. Die ist doch pink. Ich watschel ein bisschen und schon bin ich weg. Jetzt brauche ich mir noch eine Gärte. Kommt jetzt! Das ist irgendwas für die Beine von dem Ersten. Oh, ist das ein Halsband? Und da! Kommt jetzt! Ohohohohoho! Bitte nicht aufsitzen, nein. Hier haben wir Gärten gefunden, die falschen sind. Die suchen lieber nach einer kleineren. Da sind sie! Oh mein Gott! Das ist Einhorn! Ich glaube, die sind irgendwie zu glitzerig. Die haben jetzt hier Glitzer! Ich sehe gut! Gibt es hier einen Römer, die du hast? Nee! Schade! Schwere Entscheidung! Weichen Fisch! Hier habe ich zwei Gärten, aber ich weiß nicht, welche mir am meisten gefällt. Sag mal, welche dir am besten gefällt. Die blaue oder die schwarze? Ich nehme die hier! Die schwarze! Jetzt bin ich wieder zurück und das musste ich mir noch alles besorgen. Socken! Einmal lila und einmal rosa. Eine braune Hose. Die musste ja dunkel sein. Schick! Und eine Jacke. Und eine Jacke. Puschel Puschel. Echt schön weich. Da musste ich nicht immer meine harte Regenjacke anziehen. Und eine Gerte. Die schwarze. Mit Glitzer. Und einen Helm. Der ist auch richtig hübsch. Mit Blümchen und Schmetterling. Jetzt muss ich Hausaufgaben machen, aber die machen sehr, sehr viel Spaß. Ich zeig euch mal, was ich auf hab. Dieses Heft brauchen wir. Das ist extra für die Prüfungen. Ich soll die Seiten 14 bis 17. Hier. Da muss ich die Namen von den Pferden sagen. Also die Farben. Fuchs, Rappe, Schimmel, Brauner. Und hier Tiger Schick, Brauner Schick und Palomino. Palomino ist schwierig auszusprechen. Das mach ich jetzt aber alleine. Bis morgen. Tschüss. Hallo. Heute war der zweite Tag. Und der war richtig gut. Ich hab heute Tommy geritten. Ich reite ihn jetzt immer, hab ich auch gestern geritten. Der war echt nett. Nach einer Woche Training ist es endlich soweit. Die Theorieprüfung hab ich schon hinter mich gebracht. Erstmal reiten wir im Schritt. Das ist leicht, weil Tommy einfach hinter den anderen hertrottet. Jetzt bin ich aber vorne und muss zeigen, was ich kann. Erst antraben. Und Natalie sagt mir, was ich alles machen muss mit dem Pferd. Aber sie darf nicht, hui, 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 los Tommy, oder so sagen. Das muss ich schon selbst machen. Toll, Tommy. Du machst das super. Tommy, galopp. Super. Alles ist perfekt gelaufen. Tommy ist so ein tolles Pony. Jetzt müssen wir alle zusammentraben. Und den Parcours reiten. Das hat er toll gemacht. Ein bisschen streicheln tut ihm gut. Jetzt Trab im Parcours. So, meine letzte Übung. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Ich bin so aufgeregt. Los, Trab. Aber nein, was passiert? Tommy kürzt die Bahn ab. Das darf er doch nicht. Oh nein, bin ich jetzt durchgefallen? Oh, gut. Natalie sagt, ich krieg ne neue Chance. Ich soll die anderen Ponys überholen und dann nochmal weiter galoppieren. Ich hoffe, ich schaff es. So, Tommy, gib alles! An traben und galopp! Super, Tommy! Oh nein, Tommy! Was machst du denn da? Jetzt hat er wieder abgekürzt. Aber Natalie hat gesagt, das macht nichts. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fehler gemacht. Jetzt muss ich mich auf den letzten Teil der Prüfung vorbereiten. Tommy, ich hab dich trotzdem lieb. Jetzt muss ich ein bisschen warten und ich streichle ein bisschen Tommy. Ihr fragt euch bestimmt, warum Tommy so bunt ist. Ja, die Fährjogikinder haben ihn angemalt. Und die Haare gefärbt, obwohl man das nicht darf. Aber trotzdem ist er ein Fliegenschimmel. Oh, es fängt an zu regnen. Dann bringe ich Tommy einmal kurz in den Stall. Der letzte Teil der Prüfung ist die Bodenarbeit. Bei der Bodenarbeit darf man nicht aufsitzen oder so. Wir müssen alles am Boden machen. Aber wir müssen das Pferd auch dabei führen. Hallo! Ich muss Tommy auch im Trab führen. So, jetzt kommt das große Finale. Habe ich trotz der Fehler bestanden? Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Kette 3,8, Zeichen, 9! Ist noch verpackt. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!